Meine Damen und Herren, Hallo und willkommen zu einem morgendlichen frühen Part um 11.30 Uhr. Wer sehen will, die Uhrzeit. Da unten steht sie. Da, da, da unten steht sie. Jetzt nicht mehr. Ich finde das so geil, wie ich das gemacht habe. Egal. Ich wollte einen kleinen Stream machen, mal so, ja, so ein bisschen Lava streamen. Mehr auch erstmal nicht. Also Spieleideen sammeln. Ihr seht ja jetzt im Hintergrund so ein paar Spiele. So, hier die, ne. Ja, hier die, 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 ne. So. Ja, hier diese Spiele seht ihr. Plus die Käufer, Taradisenordner. Da sind auch nur noch wenige Spiele drin, die ihr jetzt seht. Und diese Spiele habe ich ja im Moment. und ich wollte immer noch ein paar, ja, Sachen fragen und erfahren von euch und so was. Und darum mache ich so einen kleinen Lava-Stream gleich. Ähm. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das soll ein Ankündigung sein. Wenn, wenn ich, wenn ihr Glück habt im Stream, kommt eine Verlosung. Von Momentos, Popestos, Tostrone. Momentos, Popestos, Tostrone. Momentos, Popestos, Tostrone. Zweimal Momentos, Popestos. Zweimal 20 Euro Steam. Sie sind noch nicht eingelöst. Ich wollte dir eigentlich heute einen lösen. Aber, hab ich gesagt, ne, komm. Machst du eine Verlosung, eventuell. Aber nur eventuell. Ich weiß es noch nicht, ob ich, ob, ähm, ich mir lieber ein Spiel kann, wo du sagst. Bei 40 Euro bin ich noch übrig. Äh, und, äh, die wollte ich auch nicht einzahlen jetzt, weil sonst hab ich ja so viel Geld und kann es nicht ausgeben, weil ich keine Spiele habe, die ich mir kaufen wollte. Oder die zu teuer sind. Und ja. Auf jeden Fall, das soll's gewesen sein. Bis vielleicht gleich zum Stream. Tschüss.